Ich lade jede Woche zwei bis drei neue Videos zum Thema Amazon KDP hoch, also wenn du kein neues Video verpassen willst, dann klick im besten Fall jetzt auf Abonnieren, vielen Dank. Ja, heute geht alles darum, wie wir ein Buchcover erstellen, mit dem wir auch mehr Verkäufe machen als unsere Konkurrenz. Dabei will ich einfach Schritt für Schritt alles euch zeigen, von der Formatierung bis Erstellung und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein, dass ich jetzt hier mal auf den Coverrechner gehe von Amazon KDP. Könnt ihr einfach mal selber googeln und den mal hier ein bisschen ausprobieren. Bindungsart müsst ihr halt eingeben, in der Regel haben wir ein Taschenbuch, Inhaltstyp, machen wir es einfach mal Standardfarbe, weil wir wollen ein Pizza-Kochbuch formatieren. Papiertyp weiß, Lese-Richtung links nach rechts in Deutschland, Maßeinheiten, nehmen wir es einfach mal Zoll und da die gängige Einheit, 6x9 Zoll. Für die Seitenanzahl haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt mal hier ein Buch mit 350 Seiten und können jetzt mal hier die Abmessung berechnen. Da sehen wir dann eben direkt, welche Abstände müssen wir einhalten, ist hier oben auch nochmal alles erklärt. Nehmen wir zum Beispiel da, wo es geschriegelt ist, da wird es dann ein zugeschnittenes Buchcover. Hier, wo die Farbe ein bisschen dunkler ist, dürfen keine Schriften sein, weil dort könnte eben das Buch geknickt werden. Hier natürlich ein bisschen das Fenster freihalten für den Barcode und ja, wie gesagt, detailliert seht ihr hier oben, was ihr einhalten müsst, aber eigentlich laden wir jetzt einfach mal hier die Vorlage herunter und laden die dann auch wieder später bei Canva hoch. Ja, für das Buchcover würdet ihr einfach mal hier auf ChatGPT gehen, die Pro-Version abonnieren, die kostet 19 Euro im Monat. Und dann könnt ihr verschiedene GPTs auch suchen, die davor schon von jemandem programmiert worden sind. Der Beste aktuell ist der Bookcover Illustrator, könnt ihr einfach mal da bei ChatGPT, bei GPT suchen eingeben. Ja, und ich habe jetzt einfach mal hier das Buchcover vorbereitet, habe hier eingegeben, erstellt ein Buchcover, 6 zu 9 Format für ein Pizza-Rezeptbuch, habe es hier bekommen, sieht auch schon ziemlich gut aus. Jetzt brauche ich noch die Rückseite von dem Buch, für die Buchbeschreibung, hat er auch erstellt, diesmal eben ohne Pizza, aber trotzdem das Pizzabäcker-Ambiente. Und ja, eigentlich ziemlich einfach heutzutage, mit zwei Klicks, die Buchcover erstellt, war früher um einiges teurer, wenn ich einen Grafiker beauftragt habe, der das erstellt hat. Ja, ist wieder ein Vorteil von der heutigen Zeit. Was ich auch noch direkt dazu gemacht habe, ist dann hier der Titel, kurz ein erstellt, also Pizza Perfetto, der ultimative Gehalt zu Hause gemachten Pizza. Und die Buchbeschreibung, dass ich das dann nachher direkt auch einfügen kann, in mein Buchcover. Ja, jetzt sind wir hier bei Canva und ich habe jetzt hier die Vorlage hochgeladen, die ich vorher erstellt habe, beim Coverrechner. Da sehen wir nochmal die Bereiche, also hier die durchgezogene Linie wird abgeschnitten, hier die roten Bereiche, da wird es geknickt. Das ist schon mal so das Allgemeine, was wir wissen müssen. Also das Erste, was wir machen würden, wäre jetzt hier die Größe anpassen, von dem weißen Bereich. Einfach hier oben Größe ändern und jetzt nehmen wir die Abmessungen, die hier stehen. Also das wäre in dem Fall hier Gesamtammessung, 319,73. Machen wir jetzt hier 319 und hier 7,3. Ich hoffe, ihr seht, dass wir oft, wenn man Fenster öffnet, bekannt war, sieht man die gar nicht. Und dann die Höhe, die bleibt die gleiche. Dann passen wir hier die Größe vom Design an. Ja, und jetzt will ich ganz einfach hier die Vorlage in die Ecke reinziehen. Also hier rechts unten, links oben und ihr seht dann, es passt perfekt von den Abmessungen her. Die Schrift habe ich schon eingefügt für das Buchcover selber. Und das wäre jetzt der nächste Schritt, dass wir die erstellten Bilder bei ChatGVT nun hochladen. Ja, und jetzt habe ich hier die Datei hochgeladen von dem Buchcover. Wurde die auch hier ganz nach oben schieben, vielleicht auch ein bisschen nach außen als Puffer. Jetzt hier nach unten, bis wir hier mit einer Ebene sind, mit dem Buchrücken. Das stoppt auch automatisch dann. Hätten wir die Vorderseite. Jetzt natürlich noch hier die Rückseite, genau das gleiche. Können wir auch hier drüben anfangen, dass wir auf einer Linie sind. Nach vorne ziehen, genau so. Zoomen wir nochmal hier hin. Wir sehen hier perfekt den Übergang von schwarz zu Buchcover. Haben wir also dort auch keine Probleme. Und jetzt können wir das Ganze herunterladen als PDF-Druckdatei, ganz wichtig. Das Ganze hochladen bei Amazon KDP. Und dann hätten wir dieses Thema, also das Buchcover auch erledigt. Ja, und wenn du weitere Fragen hast zum Thema Amazon KDP, sei es zum Beispiel Nischenfindungen oder Marketing, kannst gerne auf meine Website gehen und hier einfach mal auf den Link klicken. Oder mir schreiben auf Instagram oder schick mir eine E-Mail an diese Adresse. Du könntest auch gerne mal ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, bei dem du mir alle Fragen stellen kannst. Und wenn du dann ein Interesse hättest, auch an so einem Coaching, können wir das auch gerne machen. Geht über drei Monate und erkläre ich dir genau, wie das abläuft und natürlich auch, was es kostet. Also meldet euch gerne bei mir. Und wenn du noch mehr Videos sehen willst, gerade zum Thema Amazon KDP, dann lasst doch gerne ein Abo da. Würde mich echt extrem freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem neuen Video. Ciao. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem neuen Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem neuen Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem neuen Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem neuen Video.